Willkommen zur Experimentaufzeichnung zu grafischen Gegenmaßnahmen. So, dann haben wir hier die Quest. Ziel bekämpft den Pummelroppenband. Na, dann schauen wir uns das mal an. So, dann haben wir hier eine große große Sache. Hallo! Wenn Sie gerne mal sehen, können Sie sich die Fotos machen? Hey! Wir haben uns gesagt, was wir uns machen? Wir haben uns gesagt, was wir uns machen wollen. Es ist kein Problem, ein Foto für uns zu machen. Eheheh! OIRA達の写真を撮りたがる人がいるなんて! OIRA達もすっかり有名人だな! 言っとくけど、もしOIRA達の写真を個人仕様以外で使うんだったら フォンテーヌのスタイルに従って、ちゃんと ギャ…ギャロ?ギャラ?を支払ってもらうからな! もちろんです! お二人の写真を撮れることは、私にとって光栄なことです! 写真一枚で、150万もらはどうでしょう? 尊き最高の冒険者コンビさん? うんうん、そこなくっちゃ! って、おえー!ちょっと待って、いくらだって? 150万もら? お、おーイラの聞きまちがいじゃないよな! 写真一枚で、150万もらだなんて、ちょっと大げさじゃないか! おーイラ達の肖像って、そんなに価値あんのかよ! おーイラの聞きまちがいじゃないよ! はははは!150万もらくらいなんてことありません! もし私と組むきがあるなら写真機でパシャパシャ撮影するだけで、 Diese Zahl ist einfach übertrieben. 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 Sie können die Zahl der K-B-Robot aufbauen. Sie können die Zahl der K-B-Robot aufbauen. Sie können die Zahl der K-B-Robot aufbauen. Machst du deshalb auf der Straße Fotos? Ich habe das Gefühl, dass die Menge deiner Proben nicht ausreicht. Sie können die Zahl der K-B-Robot aufbauen. Sie können die Zahl der K-B-Robot aufbauen. Sie können die Zahl der K-B-Robot aufbauen. ... Wenn es einen Bonus gibt, ist es noch besser. Ich habe die Anwendung der Anwendung der Anwendung des Samples und habe die Anwendung durchgeführt. Ich habe die Anwendung der Anwendung der Anwendung des Samples und die Anwendung des Samples. Wie ist das? Das ist nicht so schwierig, oder? Ich werde die Anwendung des Samples und die Welt für den großen Verwaltung der Zukunft einsteigen. Ich werde mit den Anwendungen mit den Anwendungen umsetzen! den Vorderberat für grafische Proben und Fotos von ihr vorgegebenen Ziele zu machen. Und je eine zufällige Probe mit unterschiedlichen Merkmalen zu erhalten. Pro Tag stehen dir 10 Filme zur Verfügung. Und die Filme eines jeden Tags werden am nächsten Tag gelöscht. Während des Aktionszeitraums kannst du Proben mit deinen Freunden tauschen. Aha. Okay, die Quest haben wir geschafft. Da haben wir jetzt den Vorderberat. So. Aktionsdetails. Dann zeig mal. Also. Ich werde jeden Tag ein neues Motiv zum Fotografieren festgelegt. Ja. Indem du die richtigen Motive ablichtest, erhältst du eine zufällige Probe mit unterschiedlichen Merkmalen. Möglicherweise lässt sich das hier anhand der Informationen im Abenteuerleitfaden noch schnell identifizieren. Sobald du Proben von 5 Merkmalen gesammelt hast, kannst du diese bei hier gegen Forschungspreise eintauschen. Und damit die darin anhaltende Belohnungen erhalten, jeden Tag kannst du auf diese Weise mehrmals Belohnungen erhalten. Sieben Belohnungen gibt es. Okay. Ach da. Motiv des ersten Tages. Also man kann nicht alles auf einmal machen. Das geht also nicht. Aber es ist ganz schön knapp bemessen, muss ich sagen. Du musst ja wirklich jeden Tag jetzt das Ding machen. So. Probentausch. Könnte ich jetzt mit anderen tauschen? Ja, annehmen. So, und was gibt es jetzt hier an Belohnungen? Proben übergeben. Aha. Okay. So, wo war das jetzt nochmal? Äh. Ne. Ähm. Da. So, ich gehe davon aus, dass wir einfach jetzt nur irgendwelche brauchen wie fliegen. Und einer, der auf jeden Fall fliegen kann, ist Walin. Da bin ich mal gespannt. Ja, ja. Ich habe das ja schon mal. Ist klar. Ich will jetzt einfach noch einmal reingehen. Weil ich denke mal nicht, dass man jetzt großartig gegen ihn kämpfen muss, sondern einfach nur ein Foto schießen muss. Denke ich jetzt. Mal sehen. So, dieser Fotoapparat habe ich. Kugelförmig ist das im Handwurf. Ne, das heute, ich wollte noch was vergessen haben. Oh oh. Oh, das ist ja schlimm. Oh oh. Ich wusste ja nicht, dass das am gestrigen Tag war. Also, was haben wir denn heute? Heute haben wir jetzt, wir haben jetzt Samstag, ne? Also, gestern war Freitag. Äh. Da wusste ich ja nichts vom Event. So, da war das Motiv mit dem Flügen gewesen. Heute ist, äh, das dran. Ich möchte aber gerne tauschen. Ich möchte gerne erst mal das... Oh. Das möchte ich gerne. Ha. Oh. Ja, wenn du an dem Tag nicht mitmachst, hast du Pech. So verstehe ich das jetzt. Oh, ist das ätzend. Gut, denn machen wir wohl das, was jetzt da ist. Das ist ja ärgerlich. Ja. So. Dann suchen wir uns jetzt mal Äpfel und, und, und Beeren und sowas. Ich weiß jetzt gar nicht, wo, sonst sind die überall. Ähm. Keine Ahnung, mal hier mal nach. Oder, 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 oder müssen wir auch Monster nehmen. Ich hab das jetzt nicht genau durchgelesen. Etwas, was kugelrund ist. ja. Oh, es regnet. Da. Mal testen, ob das dazu zählt oder nicht. Ha. Ach so, man muss gar nicht... Ach. Ach. Er hat einfach, einfach nur Polo gemacht. Und die... Okay. Moment, dass wir jetzt wissen, krieg ich jetzt nochmal. Jetzt hab ich Blau bekommen. Das war's. Ha. Nett. So. Gibt's hier noch irgendwo, irgendwo die Bären vielleicht? Da. Da sind sie doch. Lila. Lila. Der Rot. Aha, nochmal in Braun. Ja, cool. Gleich fertig. Kugelrund ist, ist das Thema, ne? Da müssten ja die Eier da auch gehen. Natürlich. Ha, ha, ha. Ja, ziemlich einfach. Nur ärgerlich mit dem heutigen Motiv. Oh, geht der zählt drauf? Ne, den zählt er nicht dazu. Hm. So sollte doch nicht so schwierig sein, ob wir was hier finden. Das wird auch nicht dazu stehen. Oh. Ach. Anstatt aus Einzelsommer hätte ich doch einfach, äh, fotografieren können. Ich depp. Das ist ein Reflex, weil ich das nicht nur immer automatisch. Ich probiere uns mal hier aus. Ah. Ja, weiß, cool, zählt er. Ha, ha. So, einer noch. Naja, da nicht. Ach, komm, wenn man ein Ding braucht noch, ne? Da. Okay. So, das war's für heute. Also, du musst wirklich an dem Tag da sein, sonst hast du, hast du noch Probleme. Wie ich gerade. Ich könnte zwar jetzt mit anderen tauschen, aber aber wie man sieht, äh, da ist nicht, nicht viel. Äh, gut. Dann gehen wir jetzt zu ihr zurück. Aber ich denke, dass wenn man jetzt, auch wenn man erst am zweiten Tag beginnt, wenn man aber jeden Tag zehn von diesen Filmaufnahmen macht, dass man trotzdem auch genug Belohnungsdinge hinbekommt. Natürlich wäre es von Vorteil, wenn du noch hier den einen oder anderen Freund vielleicht nachher das mit dem betauschen könntest. Falls du jetzt irgendwie zehn blaue hast, aber dir ein gelber fehlt zum Beispiel, sowas weißt du. Wie es so aussieht, ist es auch Zufall, was dabei rauskommt. So. Ja. So. Ja, das können wir nochmal, wenn du die ganze Zeit jetzt von jedem einen hast, kannst du weitermachen. Also, ja. Dann sehen wir uns das mal die Tage an. Gut, ich bedanke mich und dann bis zum morgigen Motiv. Bis dann und tschüss.